So, da sind wir wieder. Diesmal mit einem ganz, 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 ganz kurzen Tipp zu den wöchentlichen Resets. Und zwar, es stand in den Patch Notes, aber viele haben es nicht mitbekommen, soweit ich das jetzt gehört habe. Es funktioniert nämlich folgendermaßen, man bekommt legendäre Marken, mittlerweile accountübergreifend, über alle Charaktere, für alle Charaktere. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Daily Quests, die Daily Story, die Nightfall Missionen und die Weekly Heroics. Es ist folgendermaßen, die Dailies sind alle accountgebunden, das heißt, man kann sie nur ein einziges Mal überhaupt machen. Es bringt nichts, die Charaktere durchzuwechseln. Die Weekly Heroics, die bringen die Belohnung dreimal insgesamt pro Woche. Es ist aber egal, mit welchem Charakter man das macht. Das ist auch accountgebunden. Man hat drei Charaktere, man kann das mit jedem Einzelnen machen oder man macht das einfach mit einem. Beim Nightfall jedoch, da lohnt es sich, dreimal durchzuwechseln, weil das nicht accountgebunden ist. So viel dazu, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Bis zum nächsten Mal.